Oh, Alter, sind hier viele Gegner. Warum zum Fick? Jetzt weiß ich, was du meintest. Jo, meine Kartoffelfreunde. Oh, Alter, mein Face gerade. Wir kommen zurück zu Let's Battle Folge 2. Ja, ach genau, wir wollten auf die lange Reise des gigantischen Penises gehen. Alter, das ist doch behindert, so. Ja, Alex hat gerade seine Maus in den Arsch gekriegt. Ja, richtig. Ich guck mal geschwind in den Optionen. So, und ich hab mir jetzt nochmal die Regeln rausgesucht und wollte die einmal vorlesen. Ach so, deswegen. Und zwar müssen wir, wir dürfen, genau, das haben wir vorhin vergessen zu sagen. Ähm, und zwar hat, ähm, dürfen wir die Folgen der anderen YouTuber nicht gucken, weil das ja spoilern würde. Ähm, hallo, wo bist du? Ich geh schon mal auf die Suche. Wir brauchen übrigens, um das zu, ähm, diese Tintensäcke von diesen Viechern, ne, die brauchen wir. Die brauchen wir? Genau, für eine so eine Box. Okay, und wie kriegen wir die? Indem wir die Dinger töten. Okay. Also die Tintenfische hier? Genau, und dann komm, wirst du da eigentlich so einen Tintensack rauskommen. Einen hab ich schon. Ja, ich hab auch einen. Gut, das ist jetzt die zweite Friedensfolge, das heißt, wir müssen jetzt eine Mine finden. Huch. Ähm, ich glaub, ich weiß, wo eine ist. Ich hab's vergessen. Für Diamanten und Eisen und Redstone und cool. Komm mit. War noch gut Hunger, aber... So, ich mach jetzt einmal ganz kurz auf Vollbild, damit ich wieder ein Vollbild aufnehmen kann, damit es nicht mehr ruckelt. Ähm, aber von den Teampartnern die Folgen dürfen wir ja schauen, gell? Nee. Achso, doch, deine Folge darf ich gucken. Aber von den Gegnern nicht. Kommst du? Ja, ja. So, hier... Ich hab noch ein Problem mit der Maus, aber das krieg ich schon irgendwie hin. Hier hab ich jetzt irgendwie nur diese Stein... Okay, hier ist keine Höhle, schade. Drück mal X, dann müsste sich die Minimap maximieren. Und wenn du die maximiert hast, können wir theoretisch, ähm, mal gucken. Huch. Ähm, ob du irgendwo eine Höhle findest. Ich irgendwo eine Höhle finde? Ich glaube, ich weiß... Nee, das ist ein Berg. Wie soll ich eine Höhle finden? Doch, komm mit. Huch. Ja, ich versuch's. Äh, hier. Ja, bei mir ist es, wenn ich die Maus drehe, dann dreht der sich noch weiter. Ich weiß, das ist ganz komisch. Das hab ich auch manchmal gehabt. Das war durch die Aufnahme. Ja, okay. Ja, dann muss ich... Ich muss das irgendwie gucken. Also entweder startest du die Aufnahme kurz neu, dann warte ich kurz. Oder, ähm, du machst Minecraft mal im Vollbildmodus. Das hat bei mir dann das Problem behoben. Ja, ich hab ja Minecraft schon im Vollbildmodus. Nee, jetzt machen wir einfach die Folge so zusammen. Acquired Hardware? Was ist das für ein... Smelt and Iron Ingl... Achso, okay. Hast du's nicht auf Deutsch? Nee, ich hab's auf Englisch. Achso, Schmiedekunst. Oh mein Gott. Ey, ey. Was denn? Hier. Das ist nice. Komm runter da. Au. Pass auf. Ich hab Eisen. Ja, Digga, pass trotzdem auf. Ich brauche auch mal eine neue Ding... Äh, Spitzhacke und so. So. Ach ja, wollten wir noch mal Statement nehmen zu, äh, Freiheit? Nein. Haben genug Leute getan, oder? Ja. Man muss es nur auf... Ich glaub, das hat jeder mitbekommen. Twitter suchen. Hashtag Freiheit. Auf YouTube. Hashtag Freiheit. Dann weiß man Bescheid. Oh, Digga. Ich glaube, es ist dazu auch alles gesagt. Ich finde nur, dass die Leute, die sich da jetzt einmischen, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben, die es mal ein bisschen zügeln sollten. Sagen wir es mal so, ne? Ja. Ja, was mich halt ein bisschen nervt, teilweise ist halt, dass die Leute einfach nicht richtig zuhören. Oh, hast du Kohle? Ich hab keine Fackeln. Ich hab auch kein Holz. Shit. Nee, ich hab Kohle jetzt nicht mitgenommen, aber ich hab Fackeln. Ja, okay, gut, dann komm. Oh, hier ist eine echt gute Höhle. Komm mal runter. Ja, ich muss vorsichtig machen. Hast du Holz? Ich darf die Maus nicht zu sehr bewegen. Da kannst du runterspringen. Da bin ich auch runtergesprungen. Ja, ich mach das anders. Oder? Oder geht? Alter. Du siehst ja, wie ich mich bewege, oder? Ich fang nicht auf. Siehst du? Alles gut. Es hat nur eineinhalb Herzen abgezogen. Voll wenig, Digga. Komm. Ja, warte. Zack. Aufteilen oder zusammen? Naja, ich würd sagen zusammen. Hast du Holz? Ja, ich hab Holz. Gib mir mal bitte so vier Stück. Oh, ich hab sogar genau vier. Hier. Hinter dir. Dankeschön. Weil dann kann ich jetzt auch noch Fackeln machen. Oh, das ist ein Zombie? Wo? Den hört man hier irgendwo. Ja, ich guck ein bisschen, ob ich ihn irgendwo sehe. Nein. Ich würde so 32 fackeln. Das müsste reichen. So ist, dann drehe ich durch. Wir kriegen das hin. Ich sag dir nachher, wie man das fixt. Ja. Also, ja. Okay, danke. Alter. Achso, genau. Und wir dürfen kein Strip-Mining machen. Das heißt, wir dürfen nicht. Hier ist ein Skelett. Ja. Ich mach du das mal wegen Maus. Und Gott sei Dank sind wir jetzt noch in der Ding-Friedensfolge. Ey, das wäre richtig, richtig scheiße. Aber ich zeig dir, wie ich das gefixt habe und dann kriegen wir es schon hin. Ja. Das denke ich doch auch. Aber jetzt, ja. Muss ich halt die Folge so überleben. So. Da ist noch Eisen da oben. Also, wir brauchen Redstone und Lapis Lazuli auf jeden Fall. Lebenvoll bedeutet, dass ich mich regeneriere. Oh, hier ist richtig viel Eisen. Komm mal hier runter. Achso, ich kann so, ich, ja. Ja, ich versuch's. Oh, du hast immer irgendwelche Probleme, oder? Ich? Hm? Nein, mir geht's gut. Okay, das ist deins. Nur, mir wird ein bisschen schlecht, wenn sich mein Charakter so dreht. Hm, jajaja. Du bist schlecht, ja. Hallo? Bei deinem Gesicht wird mir schlecht. Entschuldigung. Ähm. Ich kriege PB in die Augen. Jetzt bin ich beleidigt. Puh, schuddel. Äh, Pussy meint, ich tue beleidigt. Die hab ich nie gesagt. Hallo? Das geht denn bei dir ab? Hast du noch Holz? Nee, ne? Äh, warte. Einen hab ich noch. Nein, wir brauchen... Wir brauchen... Was für eine Workbench? Dann kann ich mir noch eine... Holz... Ähm... ...Ene Axt machen. Eine Spitzhacke. Meine Fresse. Ich bin... Oh nein, hier ist eine Hexe. Scheiße, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Eine Hexe? So, hab sie getötet. Okay, gut. Ich hör auch hier irgendwo einen Zombie. Ähm, ich bin jetzt relativ weit... Du weißt, wie wir zurückkommen, ne? Du weißt ja, wo unser... Ich seh dich, ich bin unter dir. Mhm. Bei der Lava, Dingster, Bomster. Genau. Und hier ist halt... Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Ich such halt hier irgendwo Redstone ziemlich weit unten. Creeper. Nein, nein. Bitte sei nicht gestorben. Ne, bist du... Ach, ne, steht er da. Ich lebe noch. Gut. Ich lebe noch. Ich hab Gold. Das war grad richtig behindert mit Kämpfen. Ist das Gold? Und mit was nimmst du eigentlich auf? Ich? Mhm. Mit Traps. Noch. Hol dir mal Action oder so. Nee, ich bin mit... Ich hab... Ähm... Ich hab ja jetzt schon OBS. Mhm. Mhm. Ich hab ja dem Letzt auch gestreamt. Alter, sind da viele Zombies. Ist da vielleicht ein Spawner? Digga! Ist da ein Spawner in der Nähe? Kannst du den sehen? Ich hab keine Ahnung. Geh mal zu denen. Ja, jetzt... Ich versuch's auch mal. Versuch mal zu lokalisieren, wo sie herkommen. Ficken, 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 ficken. Ficken. Entschuldigung. Ich mach einfach jedes Mal... Bip, 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 bip. Ja, mach das. Nein, 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 nein. Ich hab noch ein Herz. Ein Herz. Ein Herz, Digga. Junge, du hörst doch wohl nicht... Nein. Mal. Ich weiß ungefähr, wo du gestorben bist. Ja? Ah. Ich kann jetzt nicht mal gucken, Neger. Ähm, aber ich seh's noch auf der Minimab, gell? Ja, hier ist ne Fackel auf jeden Fall. Also, das heißt, hier war ich schon. Ähm, plus 111, minus 371. Und Höhe 29, falls du meine Sachen... Oder, wie schreib ich... Warte, ich schreib mir das mal... Mal kurz auf. Alter, das ist doch richtig behindert. Aber das zählt ja jetzt noch nicht, oder? Nee. Du wirst aber nur jetzt beim Spawn gespawnt, ne? Du musst in Richtung unserer Kisten laufen. Das war Richtung... Nie... Oh, er... Osten. Ja. Warte, eins, eins... Kennst du diesen Trick, nie ohne Seife waschen? So merke ich mir immer Nord, Ost, Süd, West. Dito. Ich versuche hier grad irgendwie hochzukommen, aber ich bin halt schon zu tief. Ich müsste mich nach oben buddeln. Jetzt beleben wir uns mal, Ash, wieder. Oh, du bist so ein Spasti. Jetzt muss ich nur gucken, welches unsere Kisten haben. Ja, hätte ich das Problem mit der Maus nicht, wäre es nicht passiert. Hunderbar. Ja, hier unten ist Lava. Ich will da runter. Ich bitte, hier unten ist bestimmt irgendwas. Da, ich hab Redstone gefunden. Das ist wichtig. Okay. Also ich vermute mal, dass da schon ein Spawner war. Wenn da so viele Zombies auf einmal waren. Das Ding ist... Ich hab halt... Ja? Jetzt entspann dich mal hier. Bruder, der Freund der Sonne. Okay. Ich bin ruhig. So, ich hab Redstone. Oh, gar nicht mal... Na, doch nicht so viel, aber es ist Redstone. So. Lapislazuli ist ja noch seltener. Da hinten ist noch Gold. Das hört sich gar nicht. Wie mach ich die Map nochmal groß? Was war das? Auf X. Auf X. Äh, wir sind... Wo sind wir eigentlich? Da hinten, glaub ich. Meine Spitzhacke geht auch gleich kaputt. Ich müsste theoretisch auch nach oben. Geben wir denn noch zwei Mal? Ich will aber... Ich hab noch Eisen gefunden. Pilz. Dann hab ich die alte Spitzhacke noch. Nee, scheiße. Ich hab noch zweimal Zucker. Ein Skelett. Lass mich. Aber ich seh unser Haus. Nachtisch einfach beschissen. So, ich baue mich jetzt nach oben. Die Folge ist vielleicht schon vorbei. Ich müsste jetzt langsam ins Haus. Dann versuchen wir mal die ersten Waffen zu produzieren, oder? Jo. Ich höre hier aber... Also wir müssen hier nochmal hin, weil hier sind echt viele Zombies. Irgendwas muss hier sein. Ich muss da auch hin und mein Zeug holen. Ja, ich versuche hier gerade nach oben zu laufen. Vielleicht laufe ich dann bei dir vorbei. Ja, ich hab's mir notiert, wo es war. Ach so, okay. Also die Koordinaten. Wenn du die genauen Koordinaten hast, dann musst du ja eigentlich nur nach unten buddeln. Ja, aber das darf man ja nicht, oder? Doch. Doch, das ist ja kein Strip-Mining. Hm. Okay. Na ja, keine Ahnung. Ich nehm noch ein bisschen Kohle mit. Ja, ich bin jetzt mal in unserem Haus. Ja, ich versuche deine Sachen nachzusuchen. Ja, aber ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt noch wieder zu dem Ding da laufe, oder? Sag mal, haben wir die Tür offen gelassen? Weiß ich nicht. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Ja, ist auf jeden Fall auch noch alles da. Ich mache mir mal kurz... Wobei, nee, wir haben ja Eisen, ne? Ich komme den Zombies näher. Vielleicht finde ich doch noch was da. Ich habe sie gefunden. Echt? Ja, ich muss nur noch dich finden. Ach so, mein Zeug. Ja. Oh, Alter, sind hier viele Gegner. Warum zum Fick? Hallo. Jetzt weiß ich, was du meintest. Hm? Ich habe dich gefunden. Okay, gut. Ich bin froh. Das gibt's. Ich will gar nicht wissen, was die anderen denken. Ich habe es einfach mal mit einem Hahahaha überspielt. Shit. Wir müssen... Meine Sachen müssen wir finden. Ja. Aber ich glaube, das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Shit, 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 shit. Es sei denn, ich renne noch kurz hin, aber... Rennen, 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 rennen. Egal. Ja, da muss ich mir kurz in den Craften. Nicht auf den Ofen, Mann. Scheiße. Ein Schwert. Entschuldigung. Bist du halt, mein lieber Freund. Digga, diese Maus, Alter. Ach, scheiße. Ja, genau. Mhm. Danke. Danke fürs Gespräch, Zombie. Ich hatte so viel. Oh mein Gott. Nee, Alter. Da kommt voll viel. Ich habe Angst. Ist egal, renn einfach zu den Sachen. Ja, das ist... Oh, was ist denn los? Jetzt wird ins Mikro gekommen. Ja, ich versuche... Ich komme da nicht raus. Ich habe Angst, dass ich dann auch nochmal sterbe. Ich kann nicht mehr sprinten. Und ich habe nicht immer was zu essen. Ich auch nicht. Ist mir egal. Scheiße, kann ich Pilze essen? Nein, kann ich nicht. Nee, du kannst daraus aber eine Pilzhippe machen. Ja, wow. Das mache ich jetzt auch noch kurz, gell? Nein. Jo. Freunde. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Nein. Mit der Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Nee, nix. Bis... Ich such dir jetzt noch. Weiß schon, dass der Server gleich auflang geht. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.